Schön, dass du dabei bist, heute bei einem Unboxing. Ein Unboxing deshalb, weil ich habe ein Paket bekommen, auf das ich mich richtig gefreut habe und auch mega stolz bin. Und was in diesem Paket drin ist, das zeige ich dir jetzt. So, ihr seht, das ist ein richtig großes Paket und das machen wir jetzt zusammen auf. So viel sei schon mal verraten, es ist von der Firma Well Done. So, ich kipp's mal und da seht ihr, es ist richtig gut ausgestaffiert, also es ist richtig gut abgefedert. So, nehmen wir Nummer 1 mal raus. Ich zeige es dir mal hier. So, das ist mit Liebe von Well Done Studios. Und hier wird schon verraten, was drin ist. Ein Topf. Ein wunderschöner kleiner Topf und wie du siehst, ist er schön massiv gearbeitet. Siehst du hier, richtig massiv gemacht. Mit einem Sandwichboden, hat auch ordentlich Gewicht. Und was das Besondere daran ist, es ist ein Edelstahltopf, das heißt, er hält sehr, sehr viel aus. Also, den kann man auch mal ein bisschen robuster mit umgehen. Und er hat aber innen drin einen Aluminiumboden. Das heißt, er ist mit eingearbeitet. Vorteil, der leitet sehr gut. Also, die perfekte Kombi für mich, wo ich sagen muss, er ist nicht zu teuer. Man kann ihn wirklich, er ist erschwinglich. Und ist auch als Einsteiger-Set sehr, sehr gut. Well Done hat er auch passenden Einsteiger-Set. Also, für zwei Personen ist das eine richtig tolle Sache. Ich finde die Größe richtig gut. Auch gerade, wenn ich in der Küche mal Beeren mache. Also, sprich, ich werde, ich bin am Einkochen und so. Ist das für mich genau die richtige Größe für kleine Marmeladen und sowas. Da finde ich das richtig toll. So, weiter geht's. Arbeiten wir uns doch mal durch. Wow, die hat Gewicht. Die hat echt Gewicht. Auch hier das Gleiche. Ich habe eine Edelstahlpfanne. Da ist nochmal das Logo. Well Done. In dem ein Aluminiumboden eingelassen ist. Auch da wieder die Stabilität des Edelstahls. Also, die kann auch mal irgendwo gegenfliegen. Da passiert nicht so viel. Und dann in der Mitte ein Aluminiumkern, sodass sich die Wärme gleichmäßig verteilt. Und das werden wir auch in den nächsten Videos testen. Ich habe sie mir antihaftbeschichtet genommen. Das Tolle bei Well Done ist, sollte dir die Beschichtung kaputt gehen, kannst du das wieder beschichten lassen. Die haben einen Service, wo du das auch wieder mit beschichten lassen kannst. Also, die musst du nicht wegschmeißen, nur weil dir die Beschichtung mal kaputt gegangen ist. Das funktioniert also gar kein Problem. Auch hier siehst du wieder schön massiv gearbeitet. Der Griff schön dran. Die kannst du auch in den Backofen stellen. Das einzigste Hindernis, was sein könnte, ist, dass der Stil dir zu lang ist. Aber ansonsten würde das auch funktionieren. Und das Wiederbeschichten finde ich eine ganz tolle Geschichte. Denn so sparst du wirklich auch Müll und tust der Umwelt was Gutes, indem du die Pfanne wiederverwendest. Denn nur weil die Beschichtung kaputt ist, ist ja immer noch das Edelstahls Aluminium in der Pfanne absolut korrekt und wiederverwendbar. Also finde ich eine super Geschichte. Die räume ich nicht ein, weil die wird in der Verwendung sein. Hier steht es nochmal 28 cm hat die. So, da steht es auch nochmal alles innen drin beschrieben. Ich lese es euch mal vor. Well Done Studios hat nur ein einziges Ziel. Ein Maximum an Qualität, auf das du dich verlassen kannst. Jedes Mal aufs Neue. Designer, Ingenieure und Produzenten haben an einem Strang gezogen, um ein Profi-Kochgeschirr zu entwickeln, das in jeder Sterneküche genutzt werden kann und dabei bezahlbar ist. Unsere alltagstauglichen Well Done Studio Pfannen und Töpfe haben einen dicken Kern aus Premium Aluminium und Premium Edelstahl. Die 3 PLÜ Konstruktion wurde entworfen, um zu bleiben. Du kannst wie ein echter Profi damit gleichmäßig und präzise kochen. Für alle Herdarten inklusive Induktion, Backofenfest und Spülmaschinen geeignet. Hey, das wusste ich jetzt noch nicht, dass ich theoretisch eine Pfanne in die Spülmaschine tun kann. Also ich wäre auf alles gekommen, aber ich hätte nie eine Pfanne in die Spülmaschine getan. Das, was ich in groß eben hatte, hier nochmal die kleinste Version davon, die habe ich mir gewünscht, weil ich da Kleinigkeiten, mal ein Spiegelei drin machen kann. Wie gesagt, für zwei Personen finde ich das richtig klasse. In der einen machst du vielleicht zwei Spiegeleier, hier ein bisschen Bacon rein. Da ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also ich finde sie auch sehr schön, auch hier wieder das gleiche Prinzip. Sie ist also für mich als Frau handelbar, das ist für mich ganz wichtig. Ich kann die gut halten, hat einen schönen Griff, für mich als Frau nicht so globig und liegt gut in der Hand. Ist auch hier wieder schön massiv gearbeitet. Mein absoluter Traum, das muss ich gerade mal sehen. So, ihr seht hier habe ich keine normale Pfanne, sie ist extra hoch, das ist ein Schmortopf. Auch hier für mich als Frau handelbar, ich habe das Gewicht, ich kann das fassen, das funktioniert. Und wenn es mal gefüllt ist und schwer ist, habe ich hier noch einen Griff. Also ich kann es hier mit zwei Händen tragen, das ist kein Problem. Auch wieder, die passt in den Backofen, vorausgesetzt du kriegst den Stiel unter. Ansonsten kannst du ganz toll damit natürlich auch so auf dem Herd arbeiten. Und auch hier wieder antihaft beschichtet, wieder Edelstahl, wieder Aluminium im Boden, die Premium-Variante mit eingearbeitet. Und ein schöner großer Deckel, der dann gar gut verschließt, also sprich für Rouladen, also Rindsroulade, Kohlrouladen, ein Gulasch und so weiter. Kannst du hier ganz, ganz toll mit kochen, beziehungsweise braten. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was zeigen. Du brauchst, um die volle Leistung der Pfannen zu haben, nicht die volle Hitze. Das heißt, du sparst Energie, dadurch, dass du sie wieder beschichten kannst, sparst du absolut Müll, tust der Umwelt was Gutes und du hast deine Pfanne länger. Es kann deine, oder es wird deine Lieblingspfanne werden. Und ich habe noch ein kleines Goodie bekommen, denn ich darf euch einen Rabattcode mitgeben. Den verlinke ich euch dann noch, damit ihr auch die Pfannen mal testen könnt zu einem Preis, wo er sagt, Oh, das lohnt sich für mich. Und die haben tolle Startersets. Also da ist, glaube ich, die große Pfanne bei, die kleine und der Topf, den ich dir gezeigt habe. Also ich werde die Sachen die nächsten Tage ausprobieren. Du wirst es auf YouTube sehen, du wirst es in Facebook sehen und du wirst es auch auf Instagram sehen, wie ich mit der Pfanne arbeite. Und vielleicht animierst du dich mal, wirklich eine Pfanne fürs Leben zu kaufen. Denn ich bin so, wenn mir was gefällt, wenn mir was Spaß macht, dann behalte ich es gerne sehr, 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 sehr lange. Und wenn ich dann mein Stück nochmal zum Wiederbeschichten geben kann und habe es dann wieder, dann brauche ich mich an nichts Neues gewöhnen und habe immer noch Spaß dran. Vielleicht ist das auch eine Idee für dich. Schau es dir an. Das Video habe ich gerne gemacht. Und wenn du noch Fragen hast, ab in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und schau dir noch die nächsten Videos an, die dir jetzt auch gleich gezeigt werden. Damit unterstützt du mich als YouTuber. Und das wäre richtig lieb von dir. Hab einen schönen Tag. Deine Silke Deine Silke